Ok, ich hab zwei Betten. Ähm, kannst du das Zeug hier abbauen? Oder nee, halt. Ach Gott. Bisschen Fleisch. Das hast du da. AFK. Warum? Nehmen wir aufs nicht lieber etwas curved equipment zu schreiben. Da hat es etwas zu sagen. L mourningl concerns Das fängt mit der Uhr an. Boah, das sind acht Kühe. Oh, Geräusch. Das Schaf legt den Schwanz vom Schaf. Äh, was? Oh, Mann! Boah. Scheiß Kuh, renn ich weg. Hast du noch Ess oder ist das Fleisch? Müsst du es eigentlich? Hug me, nein. Lieber nicht. Das sind nur paar Skelette. Gott. Ja, töte sie mal. Töte sie doch! Meine Fresse, ey. Ich hab nur noch ein Herz. Du sollst die Skelette töten, du Drecksack. Tschüss. Du Wichser und Missgeburt, ey. Ich kurz steck mich mal jemand. Und bin kurz... Ich bin... Boah, du bist ein dreckiger Arsch, ey. Irgendwann töd ich dich. Ich bin mal AFK. Ja, 30 Minuten später. Oh, komm jetzt! Komm jetzt! Äh, ich wollte irgendwas machen. Scheiße essen. Scheiße essen. Ich fütze die Hunde nicht. Boah, ey, das geht doch. Kann ja wohl nicht an den. Nein. Der letzte, der so, der so, der so fehlt. Ich werde jetzt einfach ein paar Skelette noch töten. Dann noch die Sch... Beine und Sch... Kühl, die da rumlatschen. Und ja... Sind nämlich noch ein paar Schweine. Aber das ist noch viel wichtiger. Ja, hier. Ein gepflegter Mauch. Mimimim. Mimim. Oh, man... Müssen die immer so rumrennen. Irgendwann da lang? Ich renne. Ich renne mich um. Und renne wieder die. Ah, dieses Geräusch. Nimm das Fleisch. Mimim! Moooooo! Moooooo! Okay... Hoffentlich haben wir dann genug Nahrung und Marco frisst nicht wieder alles weg. Marco ist schwul! Ah, dieses Geräusch, ey Leute, wie findet ihr das denn jetzt, dieses Geräusch? Das möchte ich gerne von euch wissen. Marco ist schwul! Marco ist schwul! Marco ist schwul! Mein Charakter ist scheiße, weil ich rennen will. Hm, Marco war... Jetzt... Bleib doch da! Warum rennt denn der weg von mir? Oh mein Gott, ich hab einen Hund! Ich hab einen Hund! Ich hab' jetzt gelb! Und dann lass' ich rot, wenn ich wieder... ...Knochen finde! Ah, Marco, Marco, Marco! Ich weiß, dass du da bist! Ich hab' jetzt gelb! Boah! Boah! Ich hab' schon... Ich kann' ich einfach sterben. Ich bin alleinhunterhalter und hab' dieses nervige Geräusch! Das ist meiiin nerviges Geräusch! Das ist meiiin nerviges Geräusch! So, da hab' ich Copyright drauf und dann alle... Ja, 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 ja! Eigentlich! Ein Hund, ein Hund! Perfekt! Ein Hund hab' ich schon! Zweiter Hund! Ne! Kein zweiter! Dritter Hund! Komm' mit mir Hund! Boah, das ist echt krank, meine Leute! Das ist krank, krank, krank! Mal, doch mal, ey! Man milk és representante! Ein tr Bach! leave us Crash! as well an the trache! So! ... tusks一下! MACHT LIEBE! Aaaaaaah... Das ist gut. Ihr könnt euch ewig fütteln. Solltet sich nicht mehr wütend auf mich nehmen? Ah... Scheiß Hunde. Ich hab Fleisch an Hunde verstanden. Ganz kurz 5 Minuten komisch. Hm? Ich hab die Baby-Hunde. Ich hab die MACHT LIEGEN. 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 Junge! Geht's noch? Ja, die werden dich jetzt einmal töten. Doch. So sieht's aus. Der kleine Hund will nicht, aber die Großen werden dich töten. Yay! Deine Hunde sind immer noch aggressiv... Sind wieder aggressiv auf mich? Nee. Ne. Sind ja gar nicht aggressiv auf mich. Babyhund. Ein großer Hund. Ist aber... Ist das einer von mir? Wer bist du? Wer bist du? Marco, du bist ein Arschloch. Der kleine Hund wird dich jetzt verfolgen, bis er dich getötet ist hat. Yay! Da hinten läuft er rum, Marco. Richtig gerne im Arschloch. Also bei den Hunden gibt's noch... ...Texture Pack Fix Bedarf. Hehehehe, fixen. Äh Marco. Ich weiß, dass du da bist. Eben nicht. Ja. Das ist eine Hunde. Das ist eine Hunde. Ich werde jetzt einfach mal... Ja. Nichts tun. Und... Äh... Ich besorge gerade meinen Jofa. Mhm. Und mit diesem schönen Jatsch. Und mit diesen aggressiven Hunden, die wahrscheinlich nächste Episode... ...angreifen werden. Und der Babyhund ja schon von mir ist euch tschüssig. Äh... Bist du wieder? Marco wird sterben und... Nein, der Hund vorrugt mich nicht mehr. Ich hab ihn getötet. Das ist ja. Ähm... Nein, halt. Lol. Wir... ...beenden einfach mal. Okay. Ich weiß nicht, wie ich mich aufgenommen habe, aber... ... bei der nächsten Aufnahme werden wir zumindest sehen, wie Marco drauf geht. Ist das nicht eine erfreuliche Nachricht? Tschüss! Yay! Tschüss! Hallo und jetzt willkommen zu einer weiteren Aufnahme-Season-Session. Er hat mich geschlagen. Jetzt... Jetzt lock aus! Lock aus! Lock aus! Du sollst auslocken! Boah, jetzt kann ich wieder einlocken. Lock ein! Ja, da gibt's irgendwie so einen Bug, dass die einen nicht mehr angreifen, sobald man wieder eingelockt hat. Funktioniert? Immer noch? Funktioniert's oder nicht? Hallo! Ey! Du da! Ah, du bist so ein Depp! Oh! Du bist so dumm! Ich geb dir so aufs Maul, ey! Oh, ich heiße! Du bist so ein Arschgeschissenes Arschloch, ey! Scheiße! Der eine Hund von mir ist jetzt gestorben, weil er dir nachgesprungen ist, du Wichser! Oh, Mann! Ich hol dein Zeug, ne? Läuft schön her, ne? Deine Scheiße! Mann, Marco, musst du dir auf der Aufnahme immer gleich so versauen, so... Ich denke, ich schlag dich mal aus Spaß! Ich bring dich um, ich bring dich um, ich bring dich um! Ich bring deine ganzen Hunde um! Nein! Wie? Herr, wirst du eigentlich nicht auf der Aufnahme? Wir beobachten eine obszöne Gestalt, die in einer Eisenrichtung in simpel gehaltener Texturierung herumläuft und Erde abbaut. Sie ist sehr mysteriös und hat blonde Haare. Sie baut sehr, sehr schnell ab, da seine viereckige oder ihre viereckige Hand im Dreck rumwühlt. Ich frag mich, wie das mit der Maniküre noch passt. Dun 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 dun! Naja, also hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Aufnahme. Wir beobachten Marco immer noch, wie er Erde abbaut. Ich habe unsere Hunde umgebracht, weil Marco mich die ganze Zeit geschlagen hat und die Hunde ihn und mich die ganze Zeit angegriffen haben. Deshalb brauchen wir keine scheiß Hunde mehr. Wie du das gerade eben gesagt hast, ich habe unsere Hunde umgebracht. Ja, die haben schöne Experience Points gegeben. Ich bin in eine Höhle gesprungen. Also ich nehme jetzt einen Squid zum Host hier. Die sind lol. Machen blub 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 blub. Na egal, gehen wir da Richtung Wald wieder zurück, weil da sieht es eigentlich relativ gut aus im Gegensatz zu dem Sumpf. Es war immer so dunkel und so. Ja, ich habe alles abgebaut, da sieht es ein bisschen anders aus. Kommst du jetzt bitte mal her? Du stehst bei mir hier. Ja.